Tour de France Halten wir an, ich will ein Würstchen Wir sind erst losgefahren, Dennis Ich hab mal gesehen, wie hier ein Eichhörnchen überfahren wurde Und da drüben wurde eins von einem Truck überfahren Sie haben wohl viele Eichhörnchen gesehen, die von vielen Dingen überfahren wurden Es gibt viele dumme Eichhörnchen Sollten Sie nicht Fahrradhosen tragen statt einer Jeans? Hauptsache kurz Ähm, da kommt ein Stoppschild Mittelfinger raus und weiterfahren Leck mich! Die Nachten absagen? Dann werden wir nie erfahren, was hinter der letzten Tür in diesem M&M Adventskalender ist Da ist ein M&M, Peter Es waren alles M&M's Das weißt du nicht! Aber ich mach's nicht, weil du es gesagt hast Ich mach's wegen der fiesen Siebklässler, die den ganzen Tag mit Footbellen nach mir geworfen haben Da ist er! Zeigen wir es, der fetten Sau! Ich bin zu Hause! Zu Hause ist safe! Zu Hause ist safe! Würden Sie ein bisschen mit dem Knie wippen? Ähm, okay, ich glaub, das krieg ich hin Kommen Sie schon, das geht auch fester Ich fühl mich dabei nicht sehr... Es ist Weihnachten, bitte! Was hat das damit zu tun, dass ich... Tu es einfach! Die glitzekleine Spinne Koch auf den Wasserhahn Oh, Freundchen, das riecht doch ne verdammt großen Du hast mich nur mit Fastfood gefüttert, also ja Ein Dad wechselt eine Windel Ein Dad wechselt eine Windel Mann, Russland hat die schärfsten und die hässlichsten Frauen auf der Welt Nur Zähnen und Einsen Wow! 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 Oh, ich bin ein Wur... Ja, es ist Weihnachten! Und ich habe dir deine Lieblings-Erdnuss-Butter-Schoko-Kekse gebacken Wow, sind die alle für mich? Natürlich, BTS, es ist Weihnachten! Alles ist für dich! Ja, Kekse um 7 Uhr früh! Danke, verantwortungslose Mutter, ich ess sie und summe! Oh, ich kann mich da nicht rasieren, weil der Gips sonst nass wird Sieh es dir an! Riech dran! Nein! Hol tief Luft und riech dran! Ah, was ist das? Vier Tage Schweiß und eine Gabel, die da stecken geblieben ist, als ich mich gekratzt hab Bitte lass mich los! Ist dir der Patient englisch genug? Ich hab den Film nie gesehen Nicht hinter jeder Tür wartet eine Fantasie aus deinem Suchverlauf bei Pornhub Das ist das wahre Leben und es stinkt!